Halt deine Schnauze verdammt nochmal, wenn mir jemand in die Scheißbegrüßung reinredet, krieg ich schon wieder zu viel, man. Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Heute spielen wir etwas, was ich bis jetzt erst ein einziges Mal auf meinem Kanal, glaube ich, oder vielleicht zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht habe. Aber Leute, ich glaube, ich mache das Video doch allein. Thomas, kannst du aufhören, den Nikolaus da hinter uns so unglaublich laut zu essen? Gott, ich hasse das Ufo so sehr. Ich will nach Mo. Kannst du ganz kurz die Fresse halten? Wir spielen heute gemeinsam eine Runde Akinator, meine Freunde. Und ich dachte mir, wir schauen einfach mal, kennt der Akinator meine Mutter, kennt der Akinator meinen Penis, kennt der Akinator Mo's Mutter, kennt der Akinator die Mutter von Tanzverbot. Das alles werden wir heute abchecken. Und ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen einfach mal hin und beginnen. Wir sind, äh, wie alt bist du, Mo? Ich bin zwölf. Du bist, ne, wie alt bist du? 22. 22, dann bilden wir den Koeffizienten, dann machen wir 23, 23, komm, einfach hier 23, so, perfekt. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ich denke jetzt an meine Mutter. Ne? Das ist krass, dass die erste Frage direkt das ist, oder? Junge, da sieht man mal, was für einen Influencer wir auf die Welt haben. Boah, boah, boah! Okay, es reicht, es reicht, Tira ist wahrscheinlich nicht. Hat deine Figur wirklich existiert? Ja. Ist deine Musik, äh, meine Mutter? Ja. Äh, momentan nicht. Sie hat mal ein Rap-Album rausgemacht, das heißt JBG Teil 3. Äh, aber momentan tatsächlich nicht, nein. Das ist ein Mutterficker. Okay. Singt deine Figur auf Malle? Nicht mehr. Äh, in ihren Jugendjahren. Immer stockbesoffen, aber jetzt glaube ich nicht mehr, Alter. Trägt deine Figur ein Schwert. Äh, lass mich kurz überlegen, ich könnte kurz anrufen. Ich glaube aber momentan nicht. Also zwischendurch immer mal wieder. Ne, aber eigentlich wahrscheinlich nicht, ne, ne. Seine Figur Reitlehrerin? Da, weiß ich jetzt nicht. Äh, wer ist das denn? Ich denke an ein unentschlossener Pessimist, ein kluger Typ, der immer wahrscheinlich Nein antwortet. Was soll das denn, Alter? Komm, hör auf, Alter. Fortfahren, natürlich. Ist deine Figur aus Holz? Ist deine Mutter aus Holz? Meine ist aus Metall. Meine ist, meine ist auch nicht aus Holz, ne. Ist deine Figur schwul? Ist deine Mutter schwul? Ne. Meine auch nicht, tatsächlich. Glückwunsch. Du musst auch Nein drücken und nicht wahrscheinlich nicht. Ach so, ach so. Lebt deine Figur in Amerika? Nein. Lebt deine Figur in Island? Lebt deine Mutter in Island momentan? Belina Sophie lebt in Island. Aber meine Mutter nicht. Deine auch nicht. Nein. Was soll denn das, Mann? Das hatten wir schon, du dummer. Guck mal, wie ihr sich auch so selbstsicher gibt. Komm, hör auf, Alter. Hör auf, Junge. Hier, den hier machen so, mhm. Komm, Akinator. Nein. Mach deine Figur gerne Männer an. Mach deine Mutter gerne Männer an. Die ist Single, also ja. Meine aber nicht. Dann machen wir wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Yo, wahrscheinlich. Ist deine Figur lebendig? Ist deine Mutter lebendig? Wie lebendig ist deine Mutter? Okay. Spielt deine Figur bei Bibi und Tina... Deine Mutter, hat die nicht da als Pferd mitgespielt? Mann, es geht doch um deine Mutter, nicht um meine. Ach so, da frage ich ja gar nicht. Ist deine... Bang, Blackpink. Nein. Ist deine Mutter betrunken... Manchmal kommt es dazu, Leute, dass meine Mutter betrunken auf Twitch streamt, aber momentan nicht. Was ist denn das, Mann? Ich bin kein Typ, der immer zockt. Kommt deine Mutter aus Australien? Nein. Ist deine Figur leader in einer Band? Nein. Hat deine Figur stetschlechte Laune? Nein. Hat deine Figur etwas mit Harry Potter zu tun? Nein. Mach deine Figur Let's Plays? Nein, mach sie nicht. Hat deine Figur eine Schwester? Ja, hat sie. Hat deine Figur Kinder? Ja, hat sie. Ist deine Figur männlich? Nein. Ist deine Figur in einer Beziehung? Ja. Hat deine Figur einen Hund als Haustier? Nicht mehr. Nein. Ah, klar. Sarah Harrison geboren. Juhn Novak. Wer ist Sarah Harrison, Alter? Das ist die, die beim Bachelor war. Junge, warum weißt du sowas? Du weißt sowas? Asitranse, Alter, Junge. Nein, ist sie nicht weiter. Stammt deine Figur aus Guardians of the Galaxy? Nein, meine Mutter ist kein Baum. After Humans? Was sind denn After Humans, Alter? Ist das ein männliches A*****, oder? Ein After Human? Ja, perfekt. Hat deine Mutter oft Geschlechtsverkehr? Ja. Wurde deine Figur Weltmeister? Ja. Ist deine, liegt deine, oder die, nein. War deine Figur im Norden Deutschlands tätig? Nein. Trägt deine Figur? Nein. Hat deine Figur dieselben Großeltern wie du? Nein. Das ist ja witzig. Ist deine Figur in der Pornoszene bekannt? Nein, ist sie nicht. Oh mein Gott. Alter, jetzt kannst du ruhig die Wahrheit erzählen. Halt's, Maui. Jetzt ganz ehrlich, Mo, sonst fliegst du direkt aus dem Video raus. Schau ich's mal halten? Es gibt keine Verlenkung. Schau ich's mal halten? Ja. Hat deine Figur eine kleine Schwester? Äh, nein. Kann deine Figur reden? Ja. Ist deine Figur im Norden nicht? Nein. Ist deine Figur ein Pornoszene? Nein, ist sie nicht. Stammt deine Figur aus deinem Körper? Nein. Ist deine Figur über 19 Jahre alt? Ja. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Ist deine Figur eine Katze? Nein. Ist deine Figur schon mal Staatschef? Bis jetzt noch nicht? Nein. Wer ist das, Mann? Wer ist die Freunde von Danny Yeston, Alter? Keine Ahnung, Junge. Du kannst aufhören, das Mau zu halten. Mein Gott, Alter. War deine Figur... Nein, meine Figur hat nichts mit Julienko gemeinsam. Meine Mutter ist da einfach nicht eingespeichert. Oh mein Gott, was kann nicht sein, dass der Akinator meine Mutter nicht kennt? Hat deine Figur einen Zwillingsbruder? Nein. Nein. Wurde sie nicht... Naja, doch, schon. Eigentlich. ...in einem Duo? Nein. Nein, sie ist immer noch kein Pornoszene? Ja, ist sie. Hat deine... Ja. Nein. Nein. Ist deine Figur gestorben? Nein. Kommt deine Figur zum Niederland? Nein. Ist deine Figur älter als 40? Ja. Königtum? Nein. Hat deine Figur Frauen und Kinder? Nein. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Ist deine Figur älter als 17? Ja. Ist deine nackten Oberkörper doch fotografiert worden? Ich glaube nicht. Nein. Ist deine Figur verheiratet? Ja. Besitzt deine Figur einen Hund? Nein. Spielt deine Figur in einer Serie? Nein. Nein, sie ist keine Pornoszene? Wieso wird das immer wieder gefragt? 70 Fragen, die du bisher hattest, kamen 50 Mal... Ich glaube, ich muss einfach Ja sagen, dann kommt direkt deine Mutter. Okay. Meine Mutter ist nicht sexy, Julia. Das ist deine Mutter. Ey, komm, jetzt sag die Wahrheit wenigstens. Halt den Maul. Wir machen das jetzt weiter. Die Figur ist nicht in der Liste. Meine Mutter. Du. So, machen wir einfach weiter. Perfekt. Meine Mutter, hübsch und faul. Brachte mich auf die Welt. Lila, nee, Haare. Braune Haare, blaue Augen. Meine Mutter hässlich. Meine Mutter lol. Das ist eine unentdeckte Spätsch. Was, meine Mutter? Ist eine unentdeckte Spezies. Meine getrennte Mutter. Sie ist geschieden. Meine Mutter, hübsch und faul. Brachte mich auf die Welt. Bravo. Sie haben mir eine Falle gestellt. Wir haben den Akinato besiegt, Junge. Dab, dab, dab. Okay, Leute. Versuchen wir es nochmal. Wir sind 23 Mal wieder. Und an wen denken wir jetzt? Meinst du, er kennt dich? Safe nicht, Alter, oder? Ist deine Figur weiblich? Nee. Ist deine Figur älter als 40? Nee. Wurde deine Figur durch YouTube bekannt? Ja. Spielt deine Figur auch Minecraft? Ja. Freedom Squad. Gehörst du zu Freedom Squad? Leider nicht. Nee, leider nicht, ne? Wäre schön, wenn du klickst, ne? Das wäre echt schön. Ja. Kommt deine Figur aus Minecraft Utopia? Joi. Ach so, aber die meint damit Chaoslohn. Aber kommst du nicht, ne? Nee, kommst du nicht. Aber Minecraft Utopia. Spielt deine Figur bei Craft Deck 5 mit? Ja. Äh. Jo, meine lieben Jungs. Auf keinen Fall, Alter. Hat deine Figur Bücher geschrieben? Äh, noch nicht. Hast du deine Figur schon mal einmal getroffen? Ja. Ist deine Figur bekannt aus einer Quizshow? Nee, oder? Hat deine Figur was mit Donald Trump zu tun? Nee, das bin auch nicht ich. Spielt deine... Hast du ja, ne? Ja, mit mir. Nein. Bist du mehrfarbig? Nein. Okay, gut. Ja. Leite deine Figur in die Fettsack GmbH. Guck mal, Alter, wie krass das ist, oder? Das ist schon heftig. Deine Figur kostet nur einmal. Eins auf. Gott. Fettrede einfach. Nein. Ist deine Figur dick? Nee, ich bin nicht dick. Nee, bist du nicht, oder? Mag deine Figur Nudeln? Ja. Ist deine Figur über 18? Ja. Ist deine Figur ein Pornostar? Nein, bist du nicht. Was? Du hast die Pornostar-Dings neingedrückt und dann kam direkt ich, oder was? Hä, okay, das ist jetzt wirklich gruselig, ne? Findest du? Dann hätte jeder andere kommen können, weil diese Fragen nicht... Nein, also eigentlich war es schon relativ eindeutig. Krass, Alter, dass Leute dich sogar suchen beim Akinator. Hätte ich niemals gedacht, dass du so relevant bist. Hätte ich auch nicht gedacht. Geisteskrank, Mann. Sorry. Ja, gut. Okay, Leute, spielen wir noch eine Runde, damit wir auf jeden Fall über 10 Minuten kommen. Ähm, überlegen wir ganz kurz. Wir müssen an jemanden denken, Alter, womit überhaupt nicht drauf kommt. Okay, Leute, wir versuchen es mal mit Propa. Halt ihn ruhig vor deinem Gesicht, Mo. Das ist schon gut so. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur älter als 36? Ja. Ist deine Figur bereits tot? Nein. Kommt deine Figur aus Österreich oder Deutschland? Ja, kommt sie. Hat deine Figur selbst wieder geschrieben? Propa, ich weiß nicht, was du in deiner Zeit gemacht hast. Erzähl mir mal ganz kurz. Ach so, ja klar. Revitistau.de, Bruder, du sagst es. Dankeschön. Danke, dass du Bescheid gibst. Klar, kein Problem. Kann man deine Figur im Fernsehen sehen? Konnte man mal, ja. Aber ich glaube eher nicht, nein. Ist deine Figur Teil deiner Familie? Nein. Ist deine Figur berühmt? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Ja. Kommt deine Figur aus der Gron-Gruppe? Kommst du aus der Gron-Gruppe? Ah ja, Revenstor, danke schön. Ich weiß, ja, ja, alles gut, alles gut. Nein, kommt er nicht? Kann deine Figur heilen? Ähm, weiß ich nicht. Propa, kannst du heilen? Perfekt, das reicht schon. Ich würde sagen, nein. Ist deine Figur Single? Nein. Spielt deine Figur Minecraft? Ja, hat er mal. Sagt deine Figur immer Geilo? Sagst du immer Geilo? Ich glaube nicht, Alter. Ist deine Figur Matrose oder Pirat? Bist du Matrose oder Pirat? Ich glaube auch nicht, Alter. Ist ein echter Insider. Nein. Varro 4? Nein. Minecraft Dagen? Nein. Ist deine Figur Blond? Nein. Deine Figur in der Brille? Ja. Ist deine Figur bei Peatsmeet? Nein. Tutorials auf YouTube? Nein. Figur älter als 40? Ja. 50? Ja. Stammt deine Figur aus dem Internet? Ja. Heißt der Kanal deiner Figur Concrofter? Auf keinen Fall, Alter. Was? Oh mein Gott. Der hätte jetzt auch wieder jeder... Alter, das ist so krass, oder? Das ist gruselig, wirklich. Hast du Angst vor dem Internet? Ja, ich kann. Die hören uns, die hören uns ab, Alter. Oh, das ist NSA ist das, ne? Krass, Alter. Hast du Angst gerade? Ich hab richtig Angst. Ja? Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen noch eine schnelle Runde. Wir schauen einfach mal, ob der Akinator in der Lage ist, meinen Penis zu kennen. So, schauen wir mal ganz kurz. Alles klar. Das wollen wir schon mal wissen. Ist du deine Figur weiblich? Nein. Äh, YouTube? Auf keinen Fall. Nein. Kennst du deine Figur? Oh ja, kenn ich sehr persönlich. Ich schaue noch deine Familie. In gewisser Weise schon, ja. Ist deine Figur so alt wie du? Ja. Ist deine Figur ältert 17? Ja. Versicht deine Figur im Auto? Tatsächlich nicht, nein. Ein eigenes Auto für deinen Penis. Ist deine Figur größer als 1,60? Ähm, ja. Oder? Äh, zähl wir mal. Hat deine Figur Augen? Boah, zum Glück nicht, Alter. Kommt deine Figur in Clash Royale vor? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur ganz nackt gesehen? Ja. Ist deine Figur in Norden Deutschlands tätig? Mal hier, mal da, ne? Kann man sagen, aber eigentlich nicht, nein. Mag deine Figur Müsli? Bis jetzt auch nicht gefragt. Ist deine Figur arbeitslos? Nein, auf keinen Fall. Ah, ne, ist er ja nicht, stimmt. Ist deine Figur nett? Ja. Dein Kampffisch? Ist fast richtig, Alter. Mach mal weiter. Hat deine Figur in der Nase? Nein. Hat deine Figur schöne Augen? Nein. Deine Figur hat was mit Sex zu tun? Gewisserweise, ja. Trägt deine Figur BHs? Nein. Mag deine Figur Erdbeeren? Ich glaube nicht. Macht deine Figur Werbung für eine Marke? Bis jetzt noch nicht, kann noch kommen. Wurde deine Figur September geboren? Nein. Steht deine Figur aus Plastik? Ne, ist keine Palme aus Plastik. Stammt deine Figur aus Großbritannien? Nein, auf jeden Fall nicht. Liebt deine Figur Zimt? Ich glaube, ich weiß es nicht, Alter. Ich hab ihn bis jetzt noch nicht gefragt. Hat deine Figur einen Adventskalender? Nein. MC Vagina? Äh, ne, danke. Machen wir weiter. Wohnt deine Figur in deinem Heimatort? Ja. Deine Figur hat was mit Liebe zu tun? Ja, kann man schon sagen. Außergewöhnliche Kleidung? Ne, eigentlich nicht. Ist deine Figur so alt wie du? Ja. Macht deine Figur gerne Männer an? Bis jetzt noch nicht? Kann noch kommen? Weiß ich nicht. Hast du dich schon mal in deine Figur verliebt? Ja. Ist deine Figur kleiner als ein Meter? Ja. Knapp, knapp, knapp drunter. Hat deine Figur Augenbrauen? Nein. Hat deine Figur eine gute Seele? Ja. Deine Figur am 6. Juni Geburtstag? Nein. Hat deine Figur ein Gesicht? Nein. Deine Figur sehr große Brusten? Nein. Und deine Figur bei dir? Ja. Spielt deine Figur in einer Serie? Nein. Hat deine Figur Humor? Ja. Deine Figur gerne heiraten? Nein, das auf jeden Fall nicht. Nein, ist sie nicht. Kann deine Figur laufen? Nein. Macht deine Figur gerne Experimente? Ja, komm. Ja, manchmal. Sandra Brust. Sandra Brust. Leute, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall über 10 Minuten. Das reicht drum, Crew Zemba oder Mo. 1, 2, 3. Crew Zemba! Crew Zemba! Crew Zem... Dreimal. Ja? Leute, schaut auf jeden Fall bei Mo, wobei der Boy hat mich ekelhaft geprankt, Alter. Checkt auf jeden Fall meinen Link in der Videobeschreibung aus, da könnt ihr euch das mal anschauen. Skrrrrrrrrrrt. Das war's von diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns morgen um 19.30 Uhr bei einem weiteren Video mit der lieben Dagi Bee, meine Freunde. Kann ich nur empfehlen, tatsächlich mit der echten Dagi Bee. Sie war bei uns, hat uns besucht, wir haben gemeinsam was gedreht. Kann ich nur empfehlen. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal, tschüss!